Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück im Seeschrein. Und wir landen hier gerade bei einem Zwischengegner. Ih, Käferchen! Käfer! Käfer! Nein, das war nicht der Zwischengegner. Der ist irgendwo da oben. Alter, bist du fett! Hi! Das ist aber gar nicht nett. Mach doch schon deine blöde Attacke. Der will nicht. Kann ich was mit dir machen, Dicker? Warte mal. Oh! Jetzt hat er sich selbst ausgenockt. Du bist ja süß. Jetzt schickt er wieder seine kleinen Freunde hier los. Na? Na, lass mich. So, jetzt ist er wieder sauer, weil wir seine Babys alle umgebracht haben. Oder so. Attacke! Na komm, hol sie raus. Grülps nicht so rum, hol sie raus. Irgendwas hat mich jetzt getroffen. Wöbelattacke. Na. Jetzt triff schon. Das müsste es jetzt aber gewesen sein, oder? Ja. Ihhh. Also, die Kiste lag bestimmt ziemlich schwer im Magen, würde ich sagen. Da, 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 da. Du hättest den Greifhaken. An einer langen Kette ist eine Art Kralle zum Greifen befestigt. Ziele damit auf Stellen, an denen das Symbol erscheint und schieße dich dorthin. Hängst du an der Decke, klettere mit dem Nunchuck-Stick hoch und runter. Blablabla, blablabla, blablabla. So. Wir haben was Wundertolles. Nein, keine Bomben. Und zwar den Greifhaken. So, damit können wir uns zum Beispiel an diese Stellen hier greifen. Und somit die Tür öffnen. Und jetzt geht der Tempel hier erstmal richtig los. Sind da Herzen drin? Nee, immer noch Rubinchen, die wir nicht brauchen. Jetzt geht's erstmal richtig los hier. Ein Schweinchen. Bäh. So, weg damit und Attacke. Jetzt bist du auch angreifbar. Yeah. Ja, ich hab das Nunchuck immer noch nicht geschüttelt. Aber was wir damit anstellen können? Gar nix! Oh. Ich geh mal wieder. So, einmal hier rauf. Dann kommen wir wieder zurück. Nee, da will ich nicht hin. Bis da hinten komme ich noch nicht. Oh, ich hätte mich auch einfach rüberhangeln können, sehe ich gerade. Na gut. No. Link. Manchmal, ne? Manchmal bist du zu nix zu gebrauchen. Du solltest hochklettern. Du solltest hochklettern. So. Oh, jetzt hat er mich ja trotzdem getroffen. Hör auf damit. Hast du was für mich? Nein. So. Jetzt sehen wir hier, das Wasser fließt also raus. Das hat sich angehoben. Und ich mein, hier im Raum gibt es auch das erste von zwei Herzteilen. Wah. Und so ne eckige Spinne. Wasserspinne. Pfui, Teufel. Bla. Jetzt muss ich mal gucken. Man kann sich doch hier hochziehen. Das seh ich doch. Genau da. Haha. Ah. So. Ich stehe auf der falschen Seite. Ne, doch nicht. Machst du die jetzt auf? Ich stehe doch auf der falschen Seite. Hallo? Link. Mach keine Scheiße. So. Geht doch. Ein Herzteil. Ui. Wir haben jetzt ein weiteres vollständiges Herz. Wie toll. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder auf der Treppe lande. Hier ist die Treppe nicht. Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Oh ja, mach am besten Köpper. Auf die Treppe. Du bist total intelligent, Link. Ähm. Schauen wir mal. Weil es wäre schon geil, wenn das Wasser jetzt über die Treppe läuft. Also müssen wir uns hier ranhangeln. Also es läuft doch echt besser als gedacht. Juhu. So, muss ich dann durch diese Tür? Ich glaube ja. Ich meine ja. Bäh. Ja, am besten machst du noch irgendwelche Spastiken. Die ich gar nicht angeordnet habe, in Anführungszeichen. Ich hasse euch. So. Lass mich da durch. Ui. Das hat ja gut geklappt. Ach, du meine Güter. Hi. Das mit den Fledermäusen mag mir nicht gefallen. Da ist auf jeden Fall eine Kiste und da hinten auch. Ich will an beide. Böse Fledermäuse sind böse. Ich glaube, ich versuche die mal abzuschießen. Wenn ich was sehen würde. Wo? Wo? Der? Okay, haben wir schon mal eine ausgeschaltet. Komm schon. Okay, das wird zu blöd. Dann halt doch der Greifhaken. Ich muss halt nur mal gucken, wie ich da hin kann. Kann ich mich da runterhangeln lassen oder muss ich erst woanders sein? Ich glaube, ich kann mich da runterhangeln lassen, weil bis da hinten hin komme ich nicht. Hui. Ja, hier geht's runter. So, Fledermaus. Noch mehr Bomben. Sehr schön. So, weiter geht es. Ach nee, das ist gar keine Kiste. Aber da muss ich trotzdem hin. Komm jetzt nicht ran. Oder, da war doch eine Kletterwand. Ich hangel nämlich einfach hier ran. Nein, bleib unten, Link. Danke. Äh, ach da. Wir haben immer noch nicht die Tante, ne? Ob wir sie mal holen sollten? So, muss ich denn jetzt da unten hin oder nicht? Hm. Hm. Und der Gekko ist gar nicht hier, ne? Oder bin ich ganz woanders? Ich bin ganz woanders auf der Karte. Okay, ich versuch's mal mit einem... Ups. Mein Fernseher macht Spastiken. Aber Aufnahme läuft noch. Ich versuch's mal mit einem gezielten Sprung da runter, oder? Das wird doch nix. Whee! Doch, nein! Ah! Am besten kommt jetzt noch ne Fledermaus. Genau. Ich würd sagen, das war knapp. Aber ich überprüfe kurz mal die Aufnahme. Weil mein Fernseher grad komische Sachen gemacht hat. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Dann schauen wir mal, wo ich hin... No! Lass mich! Dann schauen wir mal, wo ich hin kann. Da waren wir ja gerade. Aber ich hier hin kann, obwohl da... Da kann ich mich ranhangeln. Huuuu! Hep! Hallo? Gott, wo bin ich hier? Huuhu! Oh nein! Das wird ne Schwimmpassage. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hinlang muss. Huah! Erst mal umschauen. Okay. Hier ist schon mal nicht so viel zu sehen. Dieses blöde Muschelfieh nervt mich. Aber hier ist soweit nichts. Also wieder andere Seite. Genau. Oh je. Oh je. Ach, da ist das Vieh. Okay. Ich mein, hier gab's auch irgendwo ne schöne, nette Kiste. Hier schon mal nicht. Ei, 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 ei. Geh weg. Oh, da ist die Decke. Nicht so schön. Oh! Oh! Extra Fischbomben, oder wat? So. Warte mal, warte mal. Komm doch her. Ich kann aber meine eigenen Bomben benutzen. So. Ich glaub, das klappt nicht. Doch. Es klappt! Das ist schon mal gut. Geh weg, Fischi. Würd gern trotzdem nochmal hier oben gucken. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Sieht aber nicht so aus, erst mal. Nö. Bäh. Ne. War ich hier schon? Ja, ne? Dann führe ich meinen alten Weg fort. Durch dieses Löchlein. Hier haben wir schon mal eine kleine Kiste. Und irgendwas macht hier ständig Geräusche. Noch mehr Wasserbomben. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, da unten kann man noch was aufspringen. Okay, jetzt folgt das Ding mir. Und hier geht's auch noch lang. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber hier unten geht's, glaube ich, nur zurück, oder? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Oder ist das ein geheimer Geheimgang? Ah! Hilfe. Hilfe. Wo bin ich jetzt? Hier irgendwo in der untersten Ecke? Hier ist eine Tür. Moment, ich muss mir mal die, hups, die Karte anschauen. Die nicht vollständig ist. Muss ich hier lang? Oh. Hallo. Haha. Wir wollen ihn doch vorm Ertrinken bewahren, ne? Oh. Passt eh nicht. Gut. Hier aber erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Sieh. Das war's für heute.